Vergesst nicht eure Knarren zu nehmen, wir könnten hier in den Hinterhalt geraten. Ich nehm wieder mein Messer in die Hand. Stimmt. Ich werd ja grad weibig in Besuch oder so, dann hat er gar keinen Bock auf uns. Also Besuch hat er auf jeden Fall, hat er drei mehr geklingelt. Wetten. 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 Du, willst du laufen? Ja. Hey, wie hast du es geschafft?